Hör auf, unter mir Sachen wegzubauen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine ist. Wenn Alex zu uns kommt, können wir machen. Ach so, wo seid ihr? Alex? Wir sind in einer... Hinter deinem Ding, aber nicht zu mir. Ich komme raus, ich komme raus. Ja, jetzt werde ich allein gelassen. Tja, so ist das, wenn man gemeint. Ja, das bin ich gemeint. Was hinter meinem Haus? Ja, aber... Ich lauf den Berg hoch, dann musst du es mich da eigentlich sehen. Hinter deinem Haus, aber nicht in die Richtung von meinem Haus, sondern in die andere Richtung. Sozusagen. Siehst du mich? Irgendwo? Hier oben bin ich. Ich baue hier schon mal runter. Alex, komm mal ein bisschen nach rechts und nach oben. Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Rechts, rechts, rechts. Du musst auch nach rechts gucken. Ich sehe dich nicht. Also weißt du, wo ich bin. Gut, dann gehe ich wieder in die Höhle. Boah, ich bin echt eine Höhlenfinderin. Das ist mein Job hier. Das ist denn schon. Ja. Oh, da ist ein Skelett. Wo kommt das? Ah, da spawnen wieder Skelette. Wir müssen das wieder mit Fakten treffen. Ja, weil es jetzt hell ist. Ja, ich weiß schon. Deswegen müssen wir jetzt Fakten treffen. Dann noch. Ich habe aber noch kein besonderes Item von Skeletten oder sowas bekommen. Aua. Ich bekomme das doch nur von Zombies oder sowas. Ich habe es jetzt alles noch von Zombies bekommen. Hier ging es runter. Achtung! Wie hast du den Weg zugebaut? Ich baue gar nichts zu. Ich baue hier eine Treppe ohne. Wo bist du? Na, da drüben. Wie bist du da hingekommen? Ich habe einen Weg. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück. Ich habe einen Weg vom Dungeon aus. Ja, habe ich auch. Welche ist hier jetzt Dreck? Ja, hier ist eine Höhle. Nice. Wie hast du dich darunter gebaut? Anders seitdem. Ach so. Ah, ja, jetzt erkenne ich deinen Weg. Zah, zah, zah. Zah. Okay, ich bin direkt hinter dir. Oh. Hör mal auf, die Dier-Hack hier die ganze Zeit zu benutzen. Ah, wirklich? Nachher haben wir keine mehr. Wie viele Leben hatten die nochmal? Ja, noch die Hälfte. Oh, Alter. Was denn? Was machst du? Ich baue alles damit ab, weil die so schön schnell geht. Okay, du gibst die ab sofort jetzt mir. Ich habe nur die mit. Ich brauche sie. Ja, und du kannst eine neue bauen. Dann gibst du mir drei Eisen-Pigaxes. Ich habe keine Eisen dabei. Kein Eisen dabei. Dann kannst du ja gar nicht so per etwa Sachen abbauen. Doch, ich habe eine noch dabei. Okay, ich laufe euch dann einfach hinterher. Und dann benutze ich sie nur, wenn Obsidian da ist. Hier ist doch überhaupt gar nichts von Budeln wie überhaupt noch. Da war gerade Kohle und so. Ich habe oben alles mitgenommen. Kohle und Eis. Brav. Oh, der Helm fällt mir gerade auf. Ja, der lebt immer noch. Geht's hier noch? Ne, da geht's nicht weiter. Das ist das Problem. Ich habe hier dunkles Geräusch gehört. Äh, dunkles. Dunkles Geräusch. Oh mein. Wieso nun tust du sowas? Weil du das immer mit mir machst. Oder mit uns vielmehr. Du darfst nicht nach unten, du musst oben bleiben. Ich habe gerade gesagt, nicht nach unten. Warum? Weil das von der gleichen Höhe kam, an der wir waren. Hattest du einen Ofen gebaut oder so? Nein. Ich dachte, du baust einen. Hattest du eine Dings gebaut? Eine Workbench? Ja. Wo steht die? Machen wir jetzt Eisen-Pigaxes. Hier, hier, komm her. Ich habe auch sicher. Okay. Oh, wo kam das Geräusch? Ah, ich habe es gefunden. Creeper! Oh mein Gott. Oh, ich habe meinen Stein aus verschreckter Wetter geblieben. Oh mein Gott. Da ist er. Der ist jetzt auf dem Ofen. Der ist jetzt auf dem Ofen. Der sieht mich nicht, deswegen kann ich nicht. Kohle ist auch dran. Der schmelzt ein bisschen aus. Oh mein Gott, ey. Der ist umgebracht. Ja. Umgebracht. Ich höre Zombies. Ich dachte, Zombies sind schon tot. Theoretisch. Ja. Hier geht es auch noch weiter. Aber nur ein bisschen, glaube ich. Aber gab es mir schon wieder um. Guck mal, der Raum hier. Der ist voll. Der ist voll symmetrisch. Ja. Also nicht so richtig. Eigentlich schon. Ja. Egal. Hier geht es weiter. Die Kohle ist und die mitnehmen. Nee. Nee. Alex macht's. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Oh, hier geht es weiter. Leute. Hier geht es weiter. Hier ist Wasser. Ich glaube, da ist schon das Ende. Ach, ich komme ja nicht gegen das Wasser an. Doch. Hier geht es doch weiter. Komm schon. Alex? Geht es ganz nah? Kommst du? Sie haben das Skelett gehört. Ich nehme noch die Kohle hier mit. Oh, ich habe von der drüben Zombie gehört. Oh, ein Skelett schießt auf mich. Genau, wo ist der ganze Nachtisch? Ja. Schießt zurück. Hier oben geht es schon raus aus der Höhne. Ich weiß nicht, wo es hier. Ja. Das Wasser fließt nämlich von da draus. Haben wir die Unterwasserhöhle zufällig gefunden? Stimmt, könnte sein. Das ist die Unterwasserhöhle, glaube ich. Ich stelle mal. Ja, das ist die Unterwasserhöhle, wo wir auch... Cool. Ja. Die wollten wir eh untersuchen. Da haben wir da mitgetan. Mhm. Ich stelle mal das... Kann man das Wasser mit einer Fackel abstellen? Nein. Die Fackel wird weggeschwemmt. Und mit einer Treppe geht es theoretisch, ne? Aber ich habe keine dabei. Auch nicht. Eine Falltür? Ne, mit einem Schild, sondern mit einer Leiter. Okay. Okay. Ich hummel dann jetzt aus der anderen Höhle obsidieren. Ärgerlich. Hier geht es noch weiter. Echt? Ja. Bist du sicher, dass ich da nicht langgegangen bin? Nein, hier ist ein Skelet und alles. Ja, ich bin auch an einem vorbei gerannt. Echt? Ja. Ja. Kripp war in mir! Wow! Oh mein Gott. Ich habe das unter... Ich habe das unter mir gehört. Wow! Ich habe mal Kripp war gespürt. Das sind Pilze. Das sind Pilze. Ich versuche mal, den Eingang wieder zu... Das rett mir hinterher. Ah! Wasser. Mami, 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 Mami. Stirb, 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 stirb. Yay. Oh mein Gott. Ja, ich habe wieder Pilze. Oh, ich komme rund wieder runter. Ui. Oh mein Gott. Und da geht es aber noch weiter runter, gell? Ich glaube nicht, dass du da bist. Wo seid ihr denn? Ja, ich bin im Wasserfall da hoch und dann bist du in einen bestimmten Punkt da ging es links dann weiter in der Höhle. Das bist du... Wow, ich habe schüttelt. Wow, das ist noch ein Skelet. Du warst ganz sicher nicht hier. Komm zu mir. Ich lasse die gerne in Ruhe. Und schließlich kann ich es dafür, dass sie so anders ist. Die hat aber auch keine Lichter oder sonst irgendwas. Wo bist denn du? Ich habe doch gesagt, bei dem Wasserfall. Ich bin auch beim Wasserfall. Ach, da oben. Ja, komm. Dann hier rein. Ich höre hier voll viel. Hey. Voll viel Zombies. Ja, hey. Okay. Ich glaube hier ist vielleicht sogar nochmal ein Skull. Okay. Ich renne hier einfach mal durch mit meinem fucking... Und noch mal da oben rum. Oh ja, hier geht es richtig weit. Komm hier. Es sind überall Wege. Oh, ah. Wo ist Linus hin? Ist der hoch oder runter? Schon da von der Seite. Oh, ich habe eine Schlucht gefunden. Oh. Ah, das ist hier dann. Kommt. Ich habe eine Schlucht gefunden. Das war wahrscheinlich die Schlucht, die wir schon mal hatten. Wo wir schon mal. Ich renne. Ja. 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 Macht gut, wer hat dich hier. Oh. Oh, Leute. Guckt euch das an. Ey, wieso? Ich kann nicht fackeln dabei. Ah, doch da. Ach, da hinten geht es auch weiter. Ach, ich stehe groß. Oh, da geht es auch noch weiter runter. Ey, wir werden Diamanten finden, glaube ich. Oh, was habe ich bitte für einen Riecher für Höhlen? Hier ist Lava. Ich habe mir vergessen die Eisenpickaxe. Ach, kack. Wolltest du nicht Lava haben? Ich habe keine Eimer mit. Doch, ich habe einen Eimer mit. Aber nur einen. Ich habe keinen. Ich habe meinen davor weggelegt. Okay, ich nehme mal einfach hier ein bisschen Lava mit. Ich kann auch schnell einen neuen Eimer machen. Ich habe einmal Lava, habe ich jetzt dabei. Wo seid ihr eigentlich? Warum seid ihr mir nicht nachgelaufen? Ich habe hier die Schlucht. Aber da oben bist du. Ich sehe dich. Ich mache gerade meine Lichter da. Ich habe Gold davon. Ich gehe jetzt auch noch lang. Oh mein Gott. Hier ist voll viel. Oh, die Steine habe ich da im Glück. Oh mein Gott. Wo seid ihr hin? Ich bin in die Richtung, wo du gegangen bist, weitergegangen. Ah, ja. Das bin ich immer so. Das bin ich, nicht Arnix. Ja. Ich dachte, du wolltest mit Arnix gehen. Ach, hier sind auch schon die zwei Abzweigungen. Ich wollte mit euch gehen, ey. Soll man es jetzt aufteilen, oder wie? Ah, Alex ist, ich bin vorgegangen und ich dachte, hier kommt mir nah. Oh mein Gott, hier geht es. Hier geht es wieder so weit runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier geht es auch rein. Ich stelle die anderen Höhler, die haben wir auch noch nicht fertig. Oh, hier ist es richtig hin. Hier sind Pilze. Oh, yeah. Was sind da Blitze? Pilze. Ich muss die Lava mal... Oh, Schwinde. Schwinde, Schwinde. Dann komm hierher. Ich komm nochmal zurück. Oh mein Gott, ich dumme Nuss. Ich hab mein Crafting Table, hab ich vorhin liegen lassen, oder? Ja, und ich hab da sogar noch Eisen geschmolzen und das. Kommst du? Heute rennst du schon wieder in die Einrichtung. Warum bist du? Ich bin ins Dunkle gerannt. Ja, hier ist überall dunkel. Hier ist schön. Schön Lava und Wasser. Keine Ahnung. Ja, hier bin ich. Wo? Ich seh dich. Ich nicht. Ah, hier ist dunkel. Oh mein Gott. Hab ich dich erschrocken? Nein. Hier, guck, hier ist die Schlucht. Schaf, aber die komische Schlucht ist voll los. Ja, okay, jetzt wird's nochmal. Redstone, das brauchen wir nicht. Links ist Lava. Ich hab schon meinen Eimer hab ich gefüllt. Ich kann nicht noch mehr vergessen. Einmal mitzunehmen. Oh, Skelett. Nein, nein. Nein. Die ist es egal. Oh, da ist voll die große Hülle dahinten noch. Gehen wir da rein. Aua. Ja, ich bin dabei. Nee, nach links unten. Aber hier ist auch noch richtig weit. Links unten meinte ich nicht von hier. Guck da unten. Ich weiß schon, da wo das Skelett ist, oder? Gehen wir da hinten? Da ist aber Lava. Ja, und? Vorsichtig. Töte das Skelett noch. Oh, das löscht sich immer mit dem Feuer. Ähm. Oh, wir müssen uns mal Pfeil und Bogen machen. Aua. Aua. Du. Nur das Skelett. Ha, ich hab's. Bald Level 10. Boah, ich glaube, ich hab Slime gehört. Echt? Oder Lava. Ja. Bist du links rum, oder rechts? Wie kann ich mich immer sofort verlieren? Ja. Ich bin nur um 5 Meter weitergegangen. Ja, links und rechts ist die gleiche. Ich mach nochmal die Farbe. Ich hab das Gefühl, wir befinden uns in der Schienland-Longer. Oh, Zombie. Oh, ich seh euren Namen nicht mehr. Oh, rechts ist Zombie. Okay, ich glaub, sollen wir da hinbuddeln? Das sind mindestens zwei Zombies. Ich buddel mal hier lang. Warte, sind die oben? Die sind oben. Hier geht's noch richtig weit und muss gar nicht. Guck mal zu mir. Weif es. Hier sind viele Zombies. Hier geht's noch richtig weit. Wo willst du dich überhaupt hin? Ich glaub, erstmal durch diese... Oh, Lapis. Oh, Lapis. Lapis. Also ich hab definitiv Slimes gehört. Versuch sie zu finden. Und dann machen wir da so'n Riesenraum, weil dann... ...da noch mehr spawnen werden. Ich hab ihn! Zombie, Zombie, Zombie. Slime? Nein, Zombie. Ja, das sind Slimes, irgendwo sind da Slimes. Ey, wo bist du? Ich komm zu dir. Was wollt ihr von den Slimes? Die können wir mit Pistons bauen. Ja, die brauchen wir. Sticky Pistons. Boah, da ist ein Zombie und eine Spille und ein Skill. Das können wir dann so als Eingang... Oh fuck, ich bin gleich tot. Das können wir dann vielleicht so als Eingang für das Neta-Portal nehmen, so. So einen Knopf drückt und dann wird das so aus der Wand gefahren. Also es wird nicht aus der Wand gefahren, sondern... Ja, da oben gehen wir da hoch, ich muss mich kurz regenerieren. Ich dachte, wir gehen jetzt zur Annex. Nein. Was musst du kurz? Regenerieren erst. Okay. So, in welche Richtung wolltest du denn? Hier hoch, kurz. Geht's rechts, geht's ewig lang und links geht's auch. Okay, hier geht's... Und geht's aber auch ewig lang weiter. Guck mal, wenn du da weiterguckst, dann hat's... Bist du hin? Ja. Da. Ja, und sie mir sagen, ich bin bald von der Weine. Das ist eine Spinne. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, Level C. Oh, ich hab das Eisen liegen gelassen, oh nee. Du bist nicht der Einzige. Ja, ich hab auch alles liegen gelassen. Das ist Lava. Da war noch ein Skeletor vorhin. Ich hab auch nicht genug Eisen mit, um noch mehr Eimer zu machen. Wir bauen auch noch grad ganze Zeit Eisen ab, wenn du schlauchst. Ja, aber dann müsste ich das ja jetzt schmelzen und dann bräuchte ich jetzt wieder ein Workbench, um meinen neuen Hof in zu fahren. Oh, und Holz kann ich hier nicht finden. Ich hab Holz. Willst du noch nur Workbench machen? Ich baue die ganze Mitte Diamant-Pick, ich hab das hier. Oh mein Gott, okay. Oh, du bist so nett. Ja, ich weiß. Du bist so nett. Du bist die Essenz der Nettigkeit. Aha. Da links geht's, glaube ich, auch noch. Okay, in den Ofen. Da hat ich weiß es nicht mehr. Aber ich erlaube dir, auch meinen Ofen zu benutzen. Wow. Ich find das schon sehr gnädig. Wenn du mir sagen würdest, du erlaubst mir, dein Iron zu benutzen, dann wär's gnädig. Findest du? Ja. Was? Okay, ich brauch fucken. Hier oben geht's, glaube ich, nicht mehr weit. Also doch, da geht's ganz hoch noch. Aber ich würd lieber unten bleiben für Diamanten und eh nichts. Ja, dann gehen wir jetzt zu Alex, oder?